Das ist eine Baustelle. Und das hier ist auch eine Baustelle. Auch das hier ist noch immer eine Baustelle. Die Frage, ob das jetzt die Ausnahme oder die Regel ist, stellt sich nicht, solange das Bauvorhaben nach Plan verläuft. Der Bauherr kennt die Auswirkung von Verzug auf der Baustelle am besten. Dabei können Probleme von Abstimmungsschwierigkeiten bis hin zu Fehlern reichen. Und selten ist die Antwort auf gestörte Bauvorhaben einfach. Diesen Einklang zwischen Planung, Umsetzung und allen Beteiligten zu finden, ist nicht nur Teil unseres Namen, Delta, sondern auch unser Leistungsversprechen als Taskforce. Methodisch, interdisziplinär und mit umsetzbaren Lösungen. Und unabhängig im Verbund mit allen Gewerken. Im Kern unseres Ansatzes steht Sicherheit in den Punkten Kosten, Qualität und Termintreue. Sie sehen schon, das Sicherheitsversprechen ist das Fundament. Die Erfahrung und die Anpackermentalität machen den Unterschied. Insbesondere in Zeiten, in denen jeder einzelne Tag zählt. Da sind sie, die Anti-Projektmanager mit dem Durchblick für das Wesentliche. Planungs- und Umsetzungskompetenz aus einer Hand. Gebäudetechnik von Experten mit langjähriger Erfahrung. Elektrotechnik für die klare Sicht auf ihr Projekt. Ein Baumanagement-Team. Damit Plan B zu Plan A wird. In Zeiten, in denen angefangene Bauprojekte gezählt werden, zählen wir die abgeschlossenen. Beschlossenen.